Alles klar? Ja. Ich dachte schon, es ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Das Doors würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Halt die Augen nach Patrouillen offen. Wir waren ein Paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Ich bin an zwei vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus... ...und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Dass die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir... ...brauchbare Infos hätten? Scheint denen alles egal zu sein. Was, wenn wir... Ich frage mich, ob in diesen Gebäuden noch irgendwas ist. Irgendwas ist dort immer. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dina, frisch ist Blut. Bereit. Dina, frisch ist Blut. Hast du ihn? Ja. Shit. Mein Herz rast. Meins auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aber warum haben Sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben's verkackt. Stimmt wohl. Wie hieß das Mädchen vom Zettel? Die im TV-Sender? Lea. War sie die... Äh... War sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heute, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Hey, sieh dir das an. Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den Nächsten. Was meinst du, wie alt das ist? Wenigstens ein paar Jahre. Die haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit dem Militärberg abging. Muss schrecklich für die Leute gewesen sein. Erst der Ausbruch, dann Fedra, dann die Wolves. Ich frage mich, wie viele geblieben sind, um sich der WLF anzuschließen. Gute Frage. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Er war... Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frage mich, was Tommy von all dem hält. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Hm. Er, um... Das war's. 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 Vielen Dank. Verdammt, was ist das? Na, Bombe? Hm. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Gut. Hat es euch gelohnt? Ja. Gute Ausbeute. Gut. 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 Oh. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Äh, mal sehen. Der war nicht schlimm. Du spinnst. Ich bin nicht viel. Ich habe mal was anderes gemacht, als ständig nur beruhigend. Ich weiß nie. Weißt du, wie oft er mich reiner als ein Bild getestet hat? Was meinst du, warum ich angeln gehe? Na, ich kriege Hunger. Ja, dann red mich dauernd über das Essen. Ja. Wo zum Teufel ist das Mäschchen? Dort unten. Arto. Kaioch! Vorsicht, zieh nach links. Oh, 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 oh. Welche übrig? Glaub nicht. Gut. Shit. Erkennst du einen von denen? Nein. Mann, diese QZ ist riesig, oder? Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall Wurfs? Hoffentlich nicht. Ist hier irgendwas? Nur Halloween-Zeug. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Find ich nicht. Ich muss übernommen werden, ob es werden kann. Was ist die Ere? Willst du so ein bisschen ruts? Anche ich dich zu schrauschen. Die Ere war nicht zu schrauschen. Was ist gut geworden? Was ist die Ere? Was ist ein schraub, weil ich nicht alle schraubt? So Kde Wurzelt? Was ist das? Was ist das. Was sind die Ere? Sonst, der Ere ist einer Ere? Was ist die Ere? Also, das ist die Ere? Nein, das ist close. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles gut. Okay, also, ich will dein Wort für das ein. Stolz. Vielen Dank. Aber darf ich dir einen Rat geben? Klar. Nimm sie zum Reden und dann lass es gut sein. Verlier ich die Kontrolle. Das kommt doch jetzt gar nicht. Das kommt doch jetzt gar nicht. Hab ich recht? Shit. Shit. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Shh. Come on. Come on. Come on. Come on. Nice. Come on. 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 Lets skip this place. Come on. Let'sй from that place. Hey come on. So, die Konzentration. Siehst du noch mehr? Nein. Scheiße. Du passt nicht gut drauf. Wie viele haben die dir hinterher geschickt? Zu viele. Siehst du? So. Was ist das? Vielen Dank. 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 Vielleicht kommen wir da weiter. Yeah. 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 Hm? Das war's für heute. Oh, 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 oh. Amen. Wer ist da? Scheiße. Wer ist da? Siehst du noch mehr? Noch nicht. Heute kriegen wir Lea allein. Es Limit von Infizierten. Ich hab auch nur eine Minute zum Reden. So sehr viel zum Reden kriegen. Wenn's sein muss. Hey, Ellie, bitte sieh' da. 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 Mann. Es ist unglaublich, dass hier bald nichts mehr sein soll. Ich kapiere immer noch nicht, warum wir uns zurückziehen. Es ist kein Rückzug. Wir sammeln uns. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Wahrscheinlich. Klappe. Du bist zum Heilen. Scheiße. Das ist mir viel 안�Force. Sp Keeping date werden cards. Das ist eine gute Bedellung. German Fer меня. Das macht長��는 Verschocken. Oh, come on. Oh, was zum? Oh, come on. 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 Hey, Dina. Yeah. Hey, dieses runde Gebäude. Sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Wo war's? Oh, Scheiße. Was zum Teufel war das? Ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst. Was? 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 Okay. Wo willst du hin? Hey, warte kurz. Alles verdrahtet hier. Irgendwelche Wurfs? Ich sehe keine, aber schwer zu sagen. Oh! Ernie? Fuck. Mir geht's gut. Na los! Diese Lea? Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Wir sollten solche Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl wir wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein Fuß, der über was stolpert. Und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich hab meinen Freund von Joel getroffen. Der hat eine ganze Stadt vernehmt. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt. Er hatte Probleme mit mir. Das ist traurig. Hat er dein Leben gehalten? Das klingt, als müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen wählen. Aber so schwarz-weiß ist es nicht. Aber man geht Risiken ein. Dann ist das Risiko größer. Was? Wenn man sich verletzt? Was, wenn er krank wird? Das ist, wenn jemand anderes krank wird. Was ist das? Dann hast du das an der Backe. Ob du willst oder nicht. Keine gute Situation. Ja, das ist wohl wahr. Da. Da. Wer das wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Und willst du, sie hat was mit den Wurst zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Du musst. 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 Ach du Scheiße, die wurden alle erschossen. Ja, tut mir leid, es ist nur ein dicker Schlank. Okay, er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, my... Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Vielen Dank. 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 Die Treppe ist verdrahtet. Kannst du sie hochjagen? Nicht hier. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.